Ich heiße Sie recht herzlich willkommen in unserem Wellness-Hotel Schloss Bandico. Dieses Haus wurde von mir im Jahre 2004 entdeckt. Es hat eine wunderschöne Lage, es liegt direkt am See und es eignete sich als Wellness-Hotel hervorragend. Das Schlosshotel in Bandico ist darauf spezialisiert, im ayurvedischen Bereich besondere Anwendungen anzubieten. Darunter ist zum Beispiel die Ganzkörpermassage Lomi Lomi, die sehr hervorragend angenommen wird. Wir haben natürlich auch Stirnguss, Gräuterstempel und solche ausgefallenen Anwendungen, die nicht alltäglich sind. Außerdem stellen wir unsere Kosmetikprodukte selber her, die sehr gut angenommen werden. Wir achten darauf, dass wir im Naturkosmetikbereich bleiben und haben auch viel Erfolg bei unseren Gästen. Es handelt sich hier um ein relativ kleines Haus. Wir haben nur neun Zimmer. Allerdings bieten wir Zimmer an und der Gast, der zu uns kommt, ist überrascht, denn er hält eine Suite. Wir haben also ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad extra. Bei unserem Frühstücksbuffet legen wir großen Wert auf Produkte aus unserer Region. Das Schlosshozell in Bandico verfügt über einen eigenen Bootsteg und wir stellen auch unseren Gästen auf Wunsch ein Tretboot zur Verfügung. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch und ich bin sehr sicher, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020